Hallo? Du lebst ja nicht mehr. Hallo? Seid wach. Aufstehen. Okay. Cut this to the thin box. schau dir die autos an oder hinten was das oder hier nippel ab nippel ab holly day in der länder ist lacht das ist aber bräckchen immer halt außenrum das funktioniert auch wohin soll ich kommen was Ey! Ach so, du wolltest, ach, das habe ich jetzt nicht komplett falsch verstanden. Ich dachte, du wolltest einfach nur so ein bisschen, weil du gesagt hast, du zockst nicht mehr und alter Zeit, du gehst jetzt einfach ein bisschen mehr Fortnite rein und so. Ich habe Fortnite gar nicht drauf, den müsste ich halt erst installieren und so. Komplett. Aber es wäre für mich jetzt kein Problem, es über Nacht mal runterladen zu lassen und wenn du die Tage Zeit hast, können wir das gerne zusammen spielen, aber ich habe wirklich gar nicht drauf. Weil ich lösche immer die Spiele, die ich in langen Zeiten nicht spiele, lösche ich runter. Ich habe jetzt nur so COD drauf und sonst nur so Storygames, weißt du? Ich dachte jetzt echt, wie gesagt, du wolltest jetzt alleine da ein bisschen rumstuckern, hätte ich das gewusst, hätte ich von vornherein schon ein bisschen runtergeladen. Das tut mir leid. Das war jetzt keine Absicht. Alles kaputt machen hier. Nix mehr zocken hier. Hier wird auch nichts mehr aufgenommen. Ich glaube, der ist der runtergefallene Typ. Ich glaube, der ist der runtergefallene Typ. Das ist nicht so laut. Schon geile Dinger. Häuser. Willen. Willen mehr so, ne? Sorry. Ohne Scheiße. Ich habe das echt wirklich, ich muss beim Zocken und dann das Lesen, ich habe das echt jetzt, ich habe das, ich habe gedacht, echt wirklich links hier. Du wolltest einfach so viele Zeiten in vornherein gesetzt. Aber ich lade es runter im Gesetz, das ist kein Problem. Du sagst, du bist mir die Tage am Start und so. Wir haben ja uns eh auf Instagram auch. Du sagst so. Dann können wir uns ja mal peilen und können wir ja links ja zusammen auf jeden Fall spielen. Dann wäre ein Problem. Gehen wir Discord ein bisschen rein oder einfach so über diesen Bodychat und dann können wir ein bisschen quaken und können auf jeden Fall zocken. Bin ich auf jeden Fall dabei. Guten Tag. Ab ins Wasser mit dir. Einer! Wie sie oben schwimmt. Tch 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 tch. Neues. Was machen die denn da? Schau dir das an. Das ist hier ne Bubspori oder was? Was hast du denn da? jetzt noch was so die nächste rein wasser ins wasser möchte ich treue dir in deinen hintern stimmt damit ja nicht schon irgendwie hübsch die alte ich habe es noch wie das aussieht wo er hier hin tritt, was für die scheiße schon wieder zwei letzte sieben minuten jetzt mal aufhören da rumzunaschen und wenn, dann besagt hier Messer und Gabel ich brauche eine Werkbank, sonst ist das Ding gleich Schrott dann nehmen wir doch das jetzt hier und auch dass das ganz bleibt runter von meinen Treppen runter von meinen Treppen habe ich gesagt genau so läuft der Hasen, Pfeffer Na du? Ich hab schon noch Igel essen hier So, die haben ihre Seiten überhören, dass du immun bist Danke für den Follower-Chem wie gesagt, nochmal sorry wie gesagt, ihr habt das echt falsch verstanden Schlaf auf jeden Fall schön wie gesagt, wir hören uns definitiv Bei dir und steif Bis deine Muss ich echt die Tür aufmachen, ja super, damit du weißt, dass ich hier bin oder was Die Tür auf Die Tür auf Zugang gewährt, Leute, Zugang gewährt Jetzt bin ich ja wieder hier rum So, schafft man sich einen Eintritt Ja, gut 60, 50 Meter dahin, aber jetzt gucken wir mal ganz kurz, hier unten sind ja noch ein paar Räume Ich werde schon alles ein bisschen mitnehmen irgendwo Maul, mach mal nicht so einen Krach hier Mach mal nicht so einen Krach, Krach, Krach Ja Hier erforderlich Ist was erforderlich ist Hey hübsche Hallo Das war jetzt grad richtig geil wie gesetzt Einmal so, hey hübsche Die kommt sie ums Eck Scheiße Du bist auch hübsch, ja lass mich in Ruhe, ich tu dir doch gar nichts Du lässt mich, ich lass dich in Ruhe Alter, die kommt ja auch durch die Scheibe einfach durch Ab Das war grad mal wieder der absolute Börder Und sie kommt dann genau in dem Moment auch so vorbei Scheiße Skulptur Hübscheschlitten Hübscheschlitten Daud Das ist Daud Eins von Dribbled Daud Gut Schlürf mal schön den Energy aus hier Lüßtig Ziemlich viele Filmreise gewonnen Oder? Also ich muss meine Lebensmittelzeige oben echt mehr beachten Also ich schenke dir gar nicht so viel Beachtung Würde ich sagen Also hauptsächlich So tue ich So, hey Ach komm, jetzt wird schon wieder komplett da unten rein oder was hier Das habe ich alles kaputt getreten, jetzt ist das hier alles nochmal oder was, also ich bitte dich Schnell durchlaufen Schnell durchlaufen Zack So, wenn dann machen wir jetzt richtig ernst So Lässt sie mal in Ruhe Oh Oh, das ist irgendwie krank Oh Oh So So Jetzt können wir hier mal anrufen Oh 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 Jetzt können wir hier mal einfach mal ganz kurz durch pusht durch. Zieh dir mal was an. Zieh dir tot, ich zieh dir tot. Oh, ich will das nicht. Cool, cool. Jawoll. Ich treffe. Ah, oh, Strike. Perfekt. 100 Punkte für mich. Schon ein geiles Haus. Äh, geile Villa meine ich. Und weiter geht's. Das ist schon eine geile Villa. Mein Schwert sagt das und dies und das und jenes. Hallo. Eiskalt, Kopf weg, Leute. Eiskalt, der Kopf weg. So, müssen wir mal schauen. Was sollen wir denn jetzt hier schnell noch für eine Waffe? Muss ich alles dann jetzt reparieren. Wo war's denn tot, werden wir hier? Das ist mal daqui hier. Vielen Dank.